Ich probe auf Naboo und wollen jetzt zum Haus unseres Vaters gelangen, da wir von ihm ja die DIST hatten und er sprach mit uns während eines Traumes. Was gibt's denn noch zu sagen? Genau, wir waren kurz auf dem Mutterschiff und unser Vater sagte, wir würden dort unseren Weg zur Nacht fallen. Also so, der ganze Gedöns wie immer. Der ganze Gedöns, das ganze Gedöns wie immer. Jetzt renne ich mal ganz schnell hier oben. Hier ist gar nichts. Das Tor kann ich glaube ich später sein. Ich hoffe. Danke. In dem ist wohl ein Versteck versteckt. Ich glaube im letzten Mal übrigens 3 von 8. Wow, knapp. 2 2 3 2 2 3 3 4 4 Das sieht interessant aus. da rätselig wie man das machen konnte Thermal-Litternatoren hängengeschmissen und so man muss einfach nur die Benutzen-Taste drücken bei mir ist das jetzt X Missionsziel erreicht, ich bin im Haus drin ich sehe hier nichts und wieder aus die werden wir sicherlich noch mehr als einmal brauchen aber ich möchte ein bisschen Batterie sparen denn wie ihr sicherlich erwisst und einfach abankrimen lassen weil ich sehe hier relativ geizig Locked Locked, verschlossen das sind wir hier nicht im Haus das heißt ich hätte für sich nur eine wahllische Überspringen hat nicht funktioniert jetzt kann ich aber das Licht wieder ausmachen wieso kann ich ach Kommando entschuldigung ich bin auf T gekommen so aus hier kann man vielleicht auch noch ein paar Minuten ich habe nie gedacht dass da mehr als einer ist ich habe es gesagt ich habe es gesagt der Wookie-Bogen-Spann ist immer heftig und wenn ich es nicht gesagt habe habe ich es jetzt gesagt wow was wäre das denn was wäre das denn was Batterie weiß ich mich auf der anderen Seite ich habe es gesagt 42 Schilden ach natürlich ich habe das noch einen Schlüssel schönes damit kann ich das auch erhellen Hier Looks like someone doesn't like to have company Hier geht's nirgends wo lang Wo? Ich muss ja sagen, das Licht stört mich, aber zwar ziemlich Und von hier kam ich Ja, ja, ja Ach, ich bin auch so ein Idiot Ich kann ja wohl noch hier rein und das Bild abgreifen Sonst, ich dachte, hier kann ich das Ding noch aufmachen Hm Ja, ich muss irgendwie Ach, ich glaube, ich weiß nicht, was ich machen muss Da Quicksave Verreicht es? Geht es vielleicht? Nein Vielleicht auch hier irgendwie einen Schlüssel übersehen Ähm Ähm Gut, hier ist nichts Nichts, das sagt die Karte Nicht viel Die sagt hier ist auch nichts Und von da kommst du Hm Habe ich irgendwas übersehen? Hm So Jetzt fülle ich mich hier nochmal genau um Auch mit Licht Kann das eigentlich Ich meine, wenn das auch gleich wieder Also wenn die Anzeige wieder verschwindet, kann ich das mal wieder ausmachen Ja Ja Kann man da nicht irgendwie so drauf springen Und nur so rüber springen Boah, ich weiß es nicht mehr Hier ist der Rundgang Geht es hier runter Geht es hier runter? Sind wir hier gelandet? Sind wir hier gelandet? Sind wir hier gelandet? Sind wir dabei gelandet? So Ähm Ich dachte hier ist irgendwo hoch Da ist noch eine Batterie Ne, das ist ein Schlüssel Den habe ich die ganze Zeit gesucht Haha Jetzt ergibt alles einen Sinn Habe ich eigentlich schon gesagt, dass mich das Ding nervt Also siehst du Ah, ist krimmendlich wieder Schild Das ist ein Schild Hier oben Quick save Locked Verdammt Stürme Gelber Scheiße Batterie 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 Hm Ich dachte das wäre jetzt wieder schön rest.. äh ne Quatsch Restricted Area Ah, hier bin ich ganz doll durch die Beine gegangen Ah, hier bin ich ganz doll durch die Beine gegangen Ah, hier bin ich ganz doll durch die Beine gegangen Ui, langsam bin ich dafür relativ wenig Schuss noch übrig Schmugglerrucksack oder Schmuggler Keine Ahnung, eben sowas Das war die verschlossene Tür Das war die verschlossene Tür Genau, jetzt haben wir hier die Zeit Auch noch verschlossene Uuuuuh, wir haben noch Quicksafe gemacht Und ich glaube hier Zeit für ein bisschen Schwimmen Genau Genau, das Schwimmen kann man nämlich Und wenn man sich zurückt Kommt Und anders auftauchen Luft holen Und runter in die Schleuse Danach habe ich auch Jahre immer vorher gesucht Und Hier hat man mit den gelben Schleugschüssel und den gelben Schleugschüssel Und da Na, unter Wasser kann man ja nicht Schleugschüssel Ich glaube ich schieße immer viel zu häufig auf Ich würde aber gerne noch einen anderen Weg gehen Nein Nein Bitte nicht Nein 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 Jetzt muss ich kurz die Auflage durch So, ich habe kurz Ähm Ja, ja Schwimm Das Ganze neu geladen Obwohl ich nicht, dass ich die Leute so in die Bereiche mecklen wollte Das wäre nämlich hier die Tür Das wäre nämlich hier die Tür Hier gab es ja noch Genau Mehr wollte ich eigentlich gar nicht Ich darf uns aber so ganz schönes neu laden Ja, ich habe es nicht Jetzt, und Tauchen, und Jawoll! Und ziehe hoch Jawoll! Und ziehe hoch und Und Ich hätte auch nicht einfach Nee, hätte ich gar nicht Nein. Ich habe wieder Scheiße erzählt wir wollen wir wollen das ist egal wo Ah, jetzt bin ich hier oben. Katsching! Katsching! Oh, Strom. Oh, die sind ja relativ schnell. Er erwischt. Oh mein Gott, das ist die schlimmste Situation. Genau deswegen. Jetzt muss ich da irgendwie rüber, in den Quicksal. Oh, jetzt war ich nur ganz kurz dran. Jetzt zwar habe ich es geschafft. Anlaufen. Und rüber. Nochmal Quicksave. Da komme ich noch niemals rüber. Ach, muss ich auch gar nicht. Ha, ha. Ah ja, jetzt kann ich dorthin. Aber das würde überhaupt nichts bringen, weil ich da nicht viel hinkomme, weil ich da nicht viel rauskomme. Also ich müsste hier durchschwimmen. Das würde einiges an Lebensformen kosten. Nein. Oh, diesmal habe ich das wirklich ungeschadet überlebt. Ich höre noch ein. Ciao. Tschüss.